So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet und mir brennt so das Gesicht. Ich sag Gesicht, okay, Gesicht. Das Gesicht brennt. Denn wir haben gerade noch Raids für Zuschauer gestreamt mit Xerneas, 18 bis 23 Uhr. Dann haben wir zwischendurch gesehen, Dia de Muertos 2022 wurde angekündigt. Ich wollte also nach dem Stream direkt das Infovideo aufnehmen. Irgendwie ging die Cam dann aber nicht. Jetzt habe ich die hundertmal an- und abgestöpselt, haben mir dann noch vier Wiener Würstchen warm gemacht, haben mir die ins Gesicht geschossen mit scharfer Soße. Jetzt geht die Cam auch wieder. Jetzt sitze ich hier, wenn ich ein bisschen husten muss. Tut mir leid, bin ja immer noch ein bisschen krank. Und gleichzeitig jetzt auch noch das Brennen im Gesicht von der Soße ist auch immer noch da. Dia de Muertos 2022. Pokémon mit Cam Basuchil Kronen. Neue Pony. Und eine Sammler-Herausforderung. Wir haben hier ein richtig tolles, schönes, herbstliches Bild. Ihr seht hier diverse Pokémon, meistens Geist-Pokémon. Hier auch mit diesen Cam Basuchil Kronen schon auf dem Kopf. Diese orangen Blüten. Alles sieht gut aus. Hier unten ist auch noch ein Lichtl. Ja, Lichtl zum Licht-Festival. Lichtl zum Halloween-Event. Lichtl zum Lichtl Community-Day. Lichtl zum Tag der Toten. Die Dia de Muertos, also ist aber trotzdem ein cooles Pokémon. Nutzt die Gelegenheit wirklich. Falls ihr noch XL-Baumoms braucht oder irgendwas, Lichtl, braucht ihr keine Sida-Attacke. Nutzt das einfach dann als Gelabra, als Feuerangreifer oder als Geistangreifer. Es ist beides gut. Es ist einfach ein richtig geniales Pokémon. Kann man sich jetzt nicht beschweren, dass überall permanent immer zu Lichtl ist. So. Lesen wir mal vor. Um was geht's denn? Was haben wir denn hier? Trainer. Wir freuen uns, euch mehr über die diesjährige Feier des Dia de Muertos in Pokémon Go erzählen zu können. Dieser Feiertag wird in Mexiko und anderen Teilen Amerikas gefeiert, um verstorbenen Freunden und Familienmitgliedern zu gedenken. Die Azteken waren der Überzeugung, dass die Geister geliebter Menschen nicht verschwinden, sondern in eine andere Welt übergehen, aber jedes Jahr in einem bestimmten Zeitraum in unsere Welt zurückkehren. Seitdem bereiten sich die Feierenden auf den Dia de Muertos vor, indem sie den Tisch mit den Lieblingsgerichten der Verstorbenen decken, die Straßen mit den Blütenblättern der Kemper Suchritl überhäufen und Kerzen und Räucherstäbchen anzünden. Es entsteht ein ausgelassenes und farbenfrohes Fest, das von Musikblumen und Geschmackserlebnissen begleitet wird. Was ich komisch finde, hier steht Kemper Suchritl und hier steht Kemper Suchil. Das klingt irgendwie schöner, Kemper Suchil, nicht Suchitl. Das ist weder jetzt ein T da oben oder ist das jetzt, wie heißt es denn jetzt nun richtig, das wäre eigentlich wichtig, weil das hat ja eine Bedeutung und wenn wir das jetzt falsch beigebracht kriegen, ist das gar nicht mal so cool, ne? Ähm, ja, lesen wir aber mal. Dia de Muertos, Dienstag, 1. November, 10 Uhr bis Mittwoch, 2. November, 20 Uhr. Also wirklich sehr kurz, es ist ja eigentlich nur ein Tag. Wir haben sozusagen fast zwei Tage. 10 Uhr bis 20 Uhr, den einen Tag auf den anderen und so weiter. Pokémon-Debüts, neue kostümierte Pokémon erscheinen. Zwirrlicht mit Kemper Suchritl-Krone. Zwirrklop mit Kemper Suchritl-Krone und Zwirrfinst mit Kemper Suchritl-Krone. Zwirrlicht kann Shiny sein. Die anderen nicht, die müsst ihr wahrscheinlich aus dem Shiny heraus entwickeln. Also wäre gut, wenn ihr drei Shiny Zwirrlicht fangen könnt. Ähm, gibt's in der Wildnis, kann ich schon gleich dazu sagen, wie häufig die. Da unten steht nämlich mit etwas Glück begegnet ihr denen, also vielleicht sind die gar nicht so häufig. Aber das wäre für Sammler natürlich optimal, drei Shiny Zwirrlicht mitzunehmen davon und dann durchentwickeln. Event-Boni. Lokmodule halten 90 Minuten lang. Normal haben wir eine halbe Stunde, jetzt ist das das Dreifache, wir haben dann 90 Minuten. Rauch hält 90 Minuten lang an und es gibt doppelte Fang-Bonbons. Bonbons, auch die ganze Jahreszeit über immer wieder ein Thema. Es gibt eine Sammler-Herausforderung. Schließt diese ab, um einem Alola-Knocker zu begegnen und ein Knursp sowie Rauch zu erhalten. Knursp für den Buddy, immer wieder schön. Wer da auch den erregen will und Best Buddies ranzüchten möchte, dass sie nochmal ein bisschen mehr WP haben dann. Wenn die angelegt sind oder generell, um schneller und mehr Bonbons abzugreifen. Wilde Pokémon, ganz wichtiger Punkt. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Trainer in Lateinamerika und der Karibik treffen sogar noch häufiger auf wilde Event-Pokémon. Weil das ja bei denen eigentlich der Feiertag ist. Ist ja klar, aber schön, dass wir trotzdem auch was davon haben. Wir haben Tragosso, Lampi, Sonnenkern, Roselia, Lichtl, Flauschling. Alle können Shiny sein. Lichtl mit das Interessanteste, wieder mal. Roselia auch sehr guter Gift- oder auch Pflanzenangreifer. Sonnenkern kann ich gar nichts mit anfangen. Tragosso, ja vielleicht, nee nicht vielleicht, egal, weiß ich nicht. Lampi war ja jetzt erst erhöht Shiny. Im Lichtfestival, Flauschling, noch ein relativ neues Shiny. Wer das noch nicht hat, der da auch dazu greifen kann. Lichtl hatte ja den Siede, ist noch aktueller. Aber trotzdem, Lichtl, Shiny, jetzt nicht so wichtig. Flauschling, Shiny, für die Leute, die noch keins haben. Und jetzt mit etwas Glück, mit etwas Glück begegnet ihr auch Makabaya, Driftlon und Zwirlicht. Also eigentlich alles, was hier oben das Bild ausmacht, ist nur mit etwas Glück zu finden. Das verstehe ich nicht. Makabaya, auch ein seltenes Shiny. Gibt es eigentlich auch immer nur zur Oktober-Halloween-Zeit rum. Driftlon, sehr cooles Shiny. Ein sehr cooles Pokémon. Zwirlicht wird das wohl sein, wohin da alle her sind. Begegnen Begegnungen durch Rauch- und Lockmodule. Die folgenden Pokémon können durch Rauch- und Lockmodule angelockt werden. Trainer in Lateinamerika und der Karibik treffen noch häufiger auf Event-Pokémon, wenn sie Rauch- oder Lockmodule benutzen. Wir haben theoretisch, ja weiß ich nicht, Tragosso, Songkern, Roselia, Makabaya, Flauschling, Driftlon, Sonflora, was nicht Shiny sein kann. Also gleich schon die Weiterentwicklung. Ihr habt also die, die in der Wildnis seltener vorkommen, werden im Rauch also häufiger angelockt. Ihr habt also häufiger ein Makabaya im Rauch- oder an dem Modul als in der Wildnis, sodass ihr auch bitte Lockmodule benutzt, kauft und Rauch benutzt und kauft. Oder wie soll ich das verstehen? Weiß ich nicht. Dass die da einfach gut gelistet sind, aber oben als selten. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Zwirlicht. Ey, das ist ja sogar aus dem Rauch und im Lockmodul selten. In der Wildnis selten, im Rauch selten, immer selten. Um das geht's aber. Und Hundemon. Das finde ich interessant, weil das ist gleich die Weiterentwicklung und steht auch hier, kann Shiny sein. Also gleich die Weiterentwicklung, gleich das Hundemon in Shiny und da Bonbons zu sammeln, Das finde ich wiederum cool, dass das vielleicht aus dem Rauch angelockt einfach euch hinterher rennen. Richtig brutal. Pokémon bei Feldforschungen. Jetzt. Die folgenden Pokémon begegnet ihr. Belohnung, Abschluss, Feldforschungsaufgaben. Hier, wir haben Dragosso, Roselia, Lichtel. Das ist überschaubar. Also zwei richtig krasse Dinger mit Dragosso, weiß ich gerade immer noch nichts anzufangen. Mit Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon wieder Zwirlicht. Also auch wieder mit Glück? Obwohl auf der anderen Seite, wenn ihr die Aufgabe habt, wisst ihr ja zum Beispiel, wenn ihr die Aufgabe für Zwirlicht habt, dass dann Zwirlicht rauskommt. Aber vielleicht ist die Aufgabe halt viel, viel seltener, als die Aufgabe von den oberen Dreien. Also die verstecken das wirklich ein bisschen und auch hier Hundemon kann auch rauskommen. Raidkämpfe. Die folgenden Pokémon erscheinen in Raidkämpfen. Raidkämpfe Stufe 1, Zwirlicht. Hä, was, wenn das so selten in der Wildnis ist und so selten im Rauch und so selten im Logmodul und so selten aus den Feldforschungen, dann macht doch einfach Raids und am besten vor Ort nicht einladen lassen, das ist verboten. Zwirlicht mit Kemba Suchitelkrone. Also ich würde ja nicht unbedingt raiden, wenn es das in der Wildnis gibt, aber wenn es wirklich so extrem selten in der Wildnis ist, dann vielleicht doch mal ein, zwei Raids. Manche pushen ihre Trainerhoffnungsmedaille. Ansonsten Raidkämpfe der Stufe 3. Shadrago, wer da das Shiny noch nicht hat, ansonsten machst du mit ihm eigentlich auch nichts. Ist auch nur ein Pokédex-Eintrag. Wir haben Zubiris, der auch noch seine Mega-Entwicklung bekommt. In der GBL auch Anwendungen findet. Auch ein cooles Pokémon ist, was passt. Wer da noch kein Gutes hat oder wer da noch ein Shiny sucht, meinetwegen. Aber ihr könnt natürlich auch Mega-Zubiris-Raids irgendwann machen. Also müsste man jetzt auch nicht raiden. Also Vorsicht, wenn ihr noch ein Shiny braucht, dann wartet vielleicht lieber auf Mega-Zubiris. Da könnt ihr nämlich nach dem Wehren des Shinies auch gleichzeitig Mega-Energie sammeln und kriegt bessere Belohnungen und mehr Bon-Boms und mehr Erfahrungspunkte. Sowas meine ich. Warum Dragoran jetzt hier drin hängt, weiß ich nicht. Dragoran-Raids würde ich auf jeden Fall gar nicht empfehlen. Kann nicht Shiny sein. Und im November kommt ja eh der Dratini-Sea-Day-Klassik. Das heißt, ihr könnt Dratini fangen, drei Stunden lang den ganzen Tag. Mit einer erhöhten Shiny-Rade dort Bon-Boms sammeln und dann könnt ihr euch nach dem Tag sechs Dragoran entwickeln, die besten und krassesten, die ihr habt, anstatt hier Geld und Pässe auszugeben. Und natürlich Giratina in der Urform. Mega-Raids wird immer noch Mega-Banett dann hier sein. Äh... Ja, da freue ich mich schon drauf. Mega-Banett auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch nur eins machen, dann kannst du es entwickeln und dann war es das auch wieder. Beziehungsweise ich zwei. Ich muss ein männliches und ein weibliches entwickeln. Avatar-Artikel stehen ja auch dabei. Mit einem neuen Avatar-Artikel für den Dia de Muertos könnt ihr euch dem Anlass entsprechend kleiden. Auch nach dem Event wird dieser Artikel noch im Imgain-Shop erhältlich sein. Nämlich eine sozusagen Totenkopf-Maske. Wir hatten letztes Jahr diese T-Shirts, die man hier sieht. Jetzt gibt es also diese Maske dazu. Werde ich mir nicht holen? Finde ich gar nicht so cool. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Findet ihr die Masken cool? Holt ihr euch die Masken? Habt ihr Bock auf die Masken? Was sagt ihr zu den Raids? Werdet ihr Dragoran-Raids machen? Bitte nicht. Und wenn ja, warum? Werdet ihr Zwirlicht-Raids machen? Das ist die Frage. Und was sagt ihr so zu den Spawns? Sind da interessante Pokémon dabei? Oder sagt ihr, das ist wieder total mickrig? Was sind eure Favoriten im Event? Ich sage weiterhin, ein paar Roselia-Bonbons sammeln, Lichtel-Bonbons sammeln und auf Zwirlicht-Shiny-Jagd gehen wird bei mir wohl Hauptaugenmerk sein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. So, wo geht's hier leiser?